recht herzlich willkommen zur 154 folge vom corbel space programm ja wir sind hier drin und ja sind leicht in der entfernung von unserem ziel deswegen bin ich der meinung dass wir jetzt vielleicht doch noch mal etwas näher gerade gehen weil das wollten wir immer schon machen dass wir da näher rankommen dann werden wir mal gerade aufs ziel ein bisschen wieder zu steuern und ich glaube das macht sinn dass wir da noch ein bisschen näher rankommen weil war ja doch ein bisschen weit so viele meter jetzt schnell auf die andere richtung damit wir gleich wieder abbremsen können da ist ja flugbahn angezeigt passt ja alles oder so 22 meter und dann gehen wir mal unter die jetzt war der zu lange an sonst steht aber auch da muss ich noch mal runter hat keinen sinn schnell gegensteuern so jetzt passt 0,0 meter sekunde wir nähern uns nicht wir müssen jetzt nur gerade umsteigen kommen das kriegen wir so ein oder das weiß ich nur nicht irgendwie konnte man auf die klappe beim aussteiger drauf gehen und dann würde es funktionieren nur leider ist jetzt hier die klappe wahrscheinlich zu sehen das ist akku hatch wunderbar e verpasst jetzt müssen wir nur gucken dass wir ihn darüber kriegen schnell seine dingens an und ja der ausstieg hat schon was gebracht durch sehe ich das helmkamera an machen und dann wollen wir mal gucken dass wir ihn da hinkriegen wie war das noch mit ausrichten ja wie war das mit dem drehen so alles klar jetzt habe ich es gefunden da sind wir auch zum glück jetzt die kamera und die kamera sage schon das licht und das passt ja ziemlich gut sogar da kommen wir ja einigermaßen hin oder jetzt pummelte davor ein klein bisschen zurück ein bisschen rechts wieder hoch links links aber er möchte jetzt nicht da einsteigen app for grab wunderbar space to go näher will ich nicht ich glaube ich muss hoch krabbeln dass das b kommt da ist es b und wir sind drin das ging ja recht flott habe ich gar nicht mit gerechnet dass wir innerhalb der ersten zeit da das hinkriegen so jetzt haben wir noch so ein paar sachen die wir vielleicht noch machen können jetzt ist hier natürlich nicht unser einstieg woanders da ist er und da können wir jetzt observe mystery und hier gibt's nix ne ok das haben wir ja schon alles definitiv eingepackt dann können das weglassen log pressure data da haben wir wohl auch nix wollen wir dann auch nicht und dann wird's wahrscheinlich hier auch nix geben ne das ist dann alles ok ja ziele waren klar ne save und recover bei beiden build a new station hier sieht's auch toll aus oder was war das naja gut ok wir müssen jetzt mal gerade gucken wo wir uns hier befinden ja eigentlich haben wir jetzt nix mehr zu verlieren im endeffekt hätte ich jetzt beinahe gesagt wir haben noch ein bisschen sprit der aber so wenig ist dass wir wahrscheinlich nur noch runter kommen können das bedeutet hier wieder auf orbit machen ja ausrichten geht ja noch nicht automatisch weil der mr pilot hier noch nichts kann das ist glaubt die richtige richtung ne wir fliegen so rum rückwärts oder müsste es eigentlich sein gut einmal karte bitte und und da ist er das ist die abfuhr abs ist das ist die perre abs ist und das muss eins von beiden kleiner werden hier 80 wo sind wir jetzt da kommen nach da das ist ja schon mal gut und das wird dann auch kleiner und wenn wir da sind ist das dann optimal oder dann müssen wir mal schauen ja kurzen tacken vorspulen vielleicht sind wir nach optimalen stelle macht das brennen sinn so so dann kommen wir in der atmosphäre schon rein dann war es das ne so wieviel haben wir da so an oh wir haben ja noch genug drin also ist ja nicht ne oh jetzt ist das weg ja abs ist 33.000 sollte ich die immer machen oder so ne so dann haben wir das dann sollte das landen auch möglich sein keine ahnung wo wir runter kommen werden wir doch noch ein bisschen wasser suchen können oder sowas aber ja ja irgendwann wird es werden ne irgendwo da hinten werden wir runter kommen gut ok ja gibbys kraft weißt du kommen mit winfrieds kraft ja waren sie auch ne ne wo sind wir jetzt da ja also das war er ja ne und zertage dann haben wir das auch weg so jetzt können wir eigentlich mal ein bisschen vorspulen noch und dann müssen wir gucken dass wir halt runter kommen ne achso wir müssen ja auch noch was abspringen ne das müssen wir auch noch machen machen wir besser in der atmosphäre bleibt nicht so viel schrott über oder verblüht das dann so time warp 1 achso wir sind dahinter ja ne genau da passt es auch so lass mal jetzt gucken äh die wieder einfahren ne die können wir ja behalten macht er auch und der dritte ist da recheckt schnell noch reinholen da ist der dingens jetzt kriegen wir hier noch punkte wenn wir jetzt in der obersten atmosphäre sind ja minimal ne nehmen wir mit thermometer aber jetzt fällt mir grad ein da ist nix hier haben wir noch das science da oben mit ne da ist auch nichts den habe ich eben gar nicht kontrolliert naja da gibt es auf jeden fall was closed doors läuft ne so und jetzt müssen wir das teil definitiv gleich los werden sollten wir jetzt passend drehen einfach mal so rum denke ich mal da wird ja dann auch dauer abstürzen ne wenn wir den so absprengen oder würde ich jetzt mal drauf tippen ne wie hoch sind wir 60.000 meter passt den weg und wir richten dann aus das ist unsere flugbahn rückwärts oder so der verschwindet ich glaube auch nicht dass der uns dann irgendeiner gefahr begeben wird ist das wirklich die flugbahn ist wohl so ne so so den sind wir definitiv los wir werden ja gleich mehr bremsen wie der habe ich alles gemacht ich glaube ja ne da war jetzt nix mehr da war eben der noch ändert sich da noch was ich glaube nicht auch in einer anderen höhe nicht mehr ne ne ist doch egal so hat er sich jetzt gedreht gerade haben wir hier eine platte drunter ich hoffe ja ne der ist schon weit weg hier ne über 300 meter läuft hauptsache wir kommen runter das ist wichtig ja da geht es ja auch immer mehr wir bremsen immer mehr läuft wo sind unser ding können wir mal licht anmachen naja wenn sie etwas gut ok so irgendwann muss es dann auch schneller werden beziehungsweise der luftwiderstand kommt ja dann ist es erst hier oder geht es schneller ja gut da sieht man den luftwiderstand wir sind richtig gut ausgerichtet eigentlich ne ja passt schon gut funktioniert müssen nur landen ne ok den anderen sehe ich jetzt nicht mehr der ist vielleicht auch schon abgestürzt der tank den wir da hatten 46.000 meter und höher ist hier 45 aber momentan sieht es so aus dass wir so böse wasser sind weil ein bisschen gelände ist das ist schon kleiner wie da ne ja aber wer weiß es dauert ja bis wir da an der richtigen stelle sind ok kommt da der balken ne ne überhitzung ne ist kein balken mit überhitzung sieht gut aus ja leider ist es wieder mal dunkel wie immer ja ich hätte natürlich auch noch eine halbe runde fliegen können dann wären wir auch im hellen ne gelandet aber naja so sind die nachtmenschen halt ne ja hier sind 1000 meter ungefähr landeshöhe würde ich jetzt mal so tippen oder ja vielleicht nicht ganz sind noch ziemlich hoch hier Luftwiderstand wird da erst größer ne hier angezeigt ne der wächst ja von Meter zu Meter wahrscheinlich ja der sieht gut aus ne sind wir noch schnell? nein nein will ich jetzt auch nicht riskieren die Jungs müssen nach Hause das ist das wichtigste Pilot haben wir jetzt einen dazu gekriegt und sein ne das mit wird und die beiden mal dazu gekriegt also ein scientist und ein Piloten ok ja der war ja auch gerade im lingen ne eigentlich weiß ich gar nicht mehr der letzte war in so einem Labor ne der oder so ähnlich naja wir sind auf einem guten Weg darunter ist das hier eigentlich für ein Punkt das zu warm ist oder was so jetzt werden wir auch richtig langsam jetzt läuft's so 20.000 Meter über dem Meer ach ne das war ja unter ne können wir jetzt noch was machen? ne ok log data oh hier geht dann was das nehmen wir mit das war das Thermometer ne dann nochmal hier schnell ach jetzt hab ich dann resettet ich glaube das war nicht richtig oder? da ist jetzt auch egal da war nix wenn dann war es nur ein Punkt aber hier können wir auf jeden Fall noch was machen gehe ich von aus 11.000 Meter geht das nicht? da geht was zack gut haben wir das jetzt müssen wir gleich irgendwann überlegen das war die Fallschirme aufmachen müssen so bei zweieinhalb ne oder wie war das? oh ich glaube wir wassern oh wir sind ziemlich spät dran da kann da sein huiuiuiui ach da werden wir noch gefangen das ging jetzt aber schnell ne? naja passt aber gut und dann geht's eine Wasserrunk das ist ja auch nicht schlecht und bevor da das Wasser rein fließt machen wir das mal erst zu und dann müssen wir gucken dass wir dann eine Bodenprobe nehmen was hier dann wahrscheinlich ein Schluck Wasser ist also keine Ahnung sieht jetzt gerade so aus als ob der steht 400 Meter noch also doch noch schneller tief lang komm dann machen wir ein bisschen schneller die drei Schirme halten die Kapsel doch relativ lange in der Luft dann haben wir zwei neue Mitarbeiter gewonnen so 100 Meter noch 90 80 70 60 50 machen wir da auf normaler Geschwindigkeit gut und da sind wir im Wasser kann ich jetzt aufmachen ohne dass da Wasser rein kommt? weiß ich gar nicht nein das ist nicht so tief ich würde ihn ja gerne raussetzen und der kann mal gerade das alles einsammeln oder? also hier gibt's nix Lock Pressure Data gibt's ja auch nix und wir setzen wollen wir das nicht wir hatten ja irgendwo Daten drin aber war ja jetzt hier nicht ne oder? wie kriege ich das jetzt weg ohne dass ich's lösche? Keep Experiment war das jetzt richtig? ich weiß es nicht Take Data habe ich das eben nicht gedrückt das war das Problem ne? und ich habe es jetzt nicht kaputt gemacht da ist jetzt nix drin da war Take Data da war kein Take Data, ok und das hier Collect Data warte mal das ist jetzt Open Source Collect Data war richtig so Restore und Observe Material Bay so das ist nämlich jetzt hier gelandet und dann können wir das nochmal machen dann können wir Collect Data machen gucken wir ob das jetzt richtig ist was mit dem Move Data da steht ne? so wenn ich das jetzt nochmal mache dürfte nichts drin sein oder? dann hat er das mitgenommen nein er macht das nochmal also zack so dann lassen wir das jetzt so Thermometer war es nicht gut jetzt habe ich bestimmt irgendwelche Daten verloren oder so das kann auch noch sein ne? so dann machen wir den mal Abort und dann habe ich was wahrscheinlich falsch aber egal äh Bodenprobe geht die noch? True Report ist nichts drinne Night Off Doppel Rename Control from here äh vielleicht muss ich nochmal aussteigen und dann und dann Tech Data haben wir Store Agreements ich weiß es nicht ach der ist jetzt der Ding ins an oder was? Store Data True Report ich verstehe es jetzt noch nicht wir krabbeln rein und ich kann hier keine Bodenprobe nehmen weil wir im Wasser sind wahrscheinlich ne? das wird es wohl sein was ist hier unten naja Recover und alles ist gut so da sind wir in unserem Zentrum wir haben tatsächlich 222 Punkte 206 haben wir wohl gemacht 1700 Free Fund und da hat jeder jetzt einen Stern das ist doch cool oder? hatten die vorher nicht ne oder? gut dann gucken wir hier hinten gerade noch rein Build a new orbital station on a solar orbit ok Conduct authorization Survive of Minmus Explore Kerbin Ferry to tourists Plans flag on Minmus Contact Temperature Survives of Kerbin Conduct Temperatures Survives of Kerbin Ferry to tourists Sevent to their destination Position Satellite inspired by orbit of Duna Rescue Deft Fort Orbit of Minmus Position Satellite into a Synocronos Network around Minmus Ok And rescue Job B from orbit of the sun Ja gut Da haben wir natürlich noch einiges Da müssen wir nächstes Mal denke ich mal reingucken was wir da mitnehmen und sah jetzt nicht so aus dass ich mir sofort was nehmen wollte und hier nochmal haben wir jetzt 262 222 Punkte das ist fast eine schnappste Komma 3 Na und wir können jetzt hier noch einen von denen machen da ist er zu teuer da wäre noch was machbar Specialized Specialized Constructions Das war jetzt der Tree Cobbler zum Beispiel Docking Port Ja Das ist der Greifarm Die gehen nicht weil wir den erst brauchen Und das hier noch Ein Hitzeschild Und ein paar Füße Und das ist noch ein Parachute Und da unten war nichts mehr Müssen wir dann mal überlegen was war daneben Hier sind noch so ein paar Steuerdüsen Und das ist glaube ich ein Minitank für einen Satelliten Ja okay dann lassen wir das erstmal so Sagt mir mal was wir machen sollen da Und dann würde ich sagen Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder Ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen Und bis zum nächsten Mal Tschüss